Ich brauche kein Spaß und ich brauche nicht viel geil, ein ruhiges Nackelspacken, das ist meine Weine, der Spacken. Ihr sagt sie nicht mehr, die Nachbarn sind verschwunden. In einem Meter hohen Feuerholzschuber. Na, alles verstanden? Das waren einige erzgebirgische Originale. Und genau diese suchen wir in diesem Jahr zum Kultur- und Medienfestival im Erzgebirge der Grenzgänger in der Kategorie Mundart im Leben. Konstanze Ulbricht als eine Initiatorin, was steckt dahinter? Tja, also Mundart bewegt mich erstmal persönlich sehr, weil ich denke, das ist etwas Identisches für unsere Regionen. Wir reden zwar oft nicht mal Mundart, aber vielleicht bewegt es doch einige wieder mal darüber nachzudenken. Denn nur wenn wir identisch mit unserer Region sind, sind wir auch für uns selber treu. Wer sollte sich denn angesprochen fühlen? Tja, aufgrund meiner langjährigen Kulturarbeit weiß ich, dass es ganz tolle Leute gibt, die einfach für dieses Wort Mundart leben stehen. Ich könnte hier ein paar Namen nennen, mache ich aber nicht, ich will ja nicht vorgreifen. Aber ich weiß, dass einfach die Region so viele tolle Personen hat, die Mundart im Leben mit Wort, mit Gesang oder einfach nur als Mensch leben. Und ich hoffe doch, dass Leute sich damit engagieren und diese Personen bei uns einreichen, damit wir sie dann auch ehren können. Das bedeutet, die müssen sich nicht mal unbedingt selbst einreichen. Es wird dann auch Vorschläge einfach aus der Bevölkerung hier eine Rolle spielen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, sich selber vorschlagen ist vielleicht nicht die beste Lösung. Wir wollen eigentlich, dass andere Personen vorschlagen, von denen sie der Meinung sind, die stehen für dieses Thema. Ja, das klingt ein wenig so, als ob ja so richtig erzgebirgische Originale gesucht sind. Also Leute, die im Mundort leben? Ja, also eigentlich suchen wir wirklich Originale. Denn ich sage mal, ein Beispiel, die erzgebirgische Literatur, die lebt von diesen originalen Musikanten, die wirklich das zeigen, was unser Erzgebirge ist. Bescheiden, einfach und racht. Geradeaus. Wie der Andung Günther mal sagte. Und gibt es denn schon die ersten Anfragen? Also ich habe auf alle Fälle Anfragen, die sind da. Eingereicht ist noch nichts, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ich muss noch mal dazu sagen, was wichtig ist, weil Mundart ist ja auch mal ein bisschen verpönt gewesen. Es gab ja Zeiten, da wurde in der Schule drauf aufmerksam gemacht, sprich Hochdeutsch. Und nachdem ich im Internet mal einen Bericht gelesen hatte von einem Professor, der ja der Meinung ist, dass der Feind der Mundart die drei M's sind. Und was sind die drei M's? Das ist einmal die Mobilität, einmal die Mütter und einmal die Mädchen. Da habe ich doch auch angefangen, noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. Es geht ein Stück eigene Identität verloren. Und Mundart ist eigentlich die erste Sprache. Erst dann kommt die hochdeutsche Sprache. Also es klingt schon ein bisschen raus. Wir sollten so ein bisschen auch stolzer drauf sein, auf die Mundart, die wir hier haben in unserem Gebiet. Ja, wir müssen uns doch nicht schämen, dessen, was wir sind. Mundart ist Erzgebirge. Ich habe gesagt, wir sollen unser Leben vielleicht hinupen.